Wofür soll der eigene sein? Der Blut von hülligen Schweinen? Hast du nen Eimer sonst? Nee. Ich hab noch keinen Eimer. Oh, doch, hab nen Eimer. Okay. Mit grünem Wasser. Ich hab schon Samen. Okay. Nö, 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 nö. Wir sind einfach mal. Ja. Hab hier gesagt. Mach, mach. Oh, Kist ist da hinten, perfekt. Guck mal, was da vorne für den Schädel ist. Ja, bin ich frei. Ja. Ja, zwei Einzelne. Zwei Einzelne? Ja. Ja, komm. Ja. Eure Überherblichkeit ist Fehl am Platz. Ich bin zwar mit weg, dann mach ich das in der Zeit. Ja, Moment. Naja, hat Zeit. Ich glaub, jetzt abgestartet. Ja. Ja. Ja, aber hier steht Platten. Spinnenverwandlung. Ja. 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 Und was d spiel? Ja. 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 Und was meinst du jetzt? wird mit der freiligung immer schon mal zwei neue mitnehmen fettkopf zu einem richtigen mitnehmen die leute 3 3 jetzt schön wenn ich die nachrichten auch noch lesen könnte ja okay jetzt jetzt kann ich auch mein handy auch was geht's ja nur mein guter freund der kranke kabel der hat mir vorhin doch ziemlich geiles verraten auf dieser karte und zwar kannst du dich hier eine spinne verwandeln und hast dann eine minute lang gottmode und naja das wollen wir jetzt versuchen ja ich glaube ich glaube du musst den zombie einmal anschließen nein die falschen haben ja theoretisch könnte man das warte mal man kommt das zweite mal spinnen sollte noch spinnen kommt runde 14 15 ich meine letzte mal runde 10 noch eine anfunktion also kommt drauf an also eine halbe stunde brauchen wir bestimmt dreiviertel stunde wir haben ja locker mehr halbe stunde dreiviertel stunde ich bin mal mit das kommt gleich auch stimmen ja doch die schienen riechen schweine aus dem gott so Schau mit dem A dort wurde wirklich an die Hälfte von der Zeit Spinnen Wurzbücher an die Mannschaft in Nordrhein-Westfalen Werbung und der Prolog für noch viel mehr auf dem Fall vom Kampelkopf kommt aus ich habe einen schädel holen mit den letzten der kennt man mal einen eigenen samen rein aber kein wasser morgen mein augen trennen kann so heftig war nur passiert wenn ich mit chipsfingern in den augen passt warum machst du sowas auch ich weiß es nicht extra sicherlich hier war mal noch es wird immer öfter probiere auch noch mal eine kiste oder hast du diese runde schon gezogen nur nicht hier bitte verletze nein irgendwo ist noch einer hier noch einer das hat sich über sprühen überspringen meine erinnerung die schon so lange vertreten ja also ich sag mal so sie macht auf jeden fall bumm Nein, ja! Ne, 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 ne? Aber nur... Alter, war auch nicht schön. No, ne, new. Digga, 4-bar, dass ich so schön spielen hatte. Hahaha. So, hier ist noch einer, darf ich fahren. alter ernsthaft nach der erfahrung ja die runde schon ja scheiß wort wir haben zeit machen der kann ist doch auch mal so von der pflanze wegkriegen scheiße ok wir haben die ganze pflanze dafür ich weiß die pflanze hülken zum liebsten ja hier ist noch ein peter hallo der andere kann das ein bisschen ab und lassen die 1 1 5 ist kein dringend was war von mir aus mir dann ist für mich das erste und jetzt noch einer läuft Ich habe doppelte Punkte! Ja, komm, Arschweckl. Jetzt doppelte Punkte. Ich repariere meine Wande mit den Kunden. Genau. Jetzt habe ich gesagt, wie eine Womba. Du und deine verkackte Internetleitung, ne? Hammer. Ja, Digga, ich habe auch... Also, ich kann hier rausgehen. Aber sowas kaputt, ey. Warum kaufst du dir denn nicht einfach ein Internet-Dick? Müsst du das nicht auch nicht zu mir? Ne, leider nicht. Ich habe das schon probiert. Aber, ne, Digga. Internet-Dick, äh, äh. Ich stelle dir nicht von der Kuhle, die ich jetzt bekommen habe. Ich stelle dir auf jeden Fall 15 Euro. Ein Highspeed LAN-Kabel. 30 Meter. Ja, das wird ja einmal komplett ausgelegt. Und bei mir im Zimmer. Ja, gut. Dann so. Oh, alles klar, komm ich bitte. Da komm ich bitte, da komm ich bitte, da komm ich bitte, da komm ich bitte. Oh mein Gott. Ich hab noch was, was Bummt macht. Hieß das nicht irgendwie gestern, gestern oder vorgestern noch, äh, dass die deine Eltern oder deine Oma einen Vogel zeigen wollen, wenn du so was machen wollen würdest? Ja. Oder hast du heute einfach mal gefragt? Ja, aber ich scheiße mich dabei drauf. Ja, dann kannst du so. So, okay. Ich hab, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab einfach mal so eine Rakete weggeholt. Ja, das läuft. Okay. Okay, dann kann ich irgendwo wieder sein. Aufmerksam. Ich mach's mal hier vorne auf, ne? Ja. Alter. Ja. Endgefahren. Mhm. Toll, süß. Da geht. Nicolai wird dem, sie ist angeblich ein Rekord von einem ganzen Autor, der Untoter in unbestimmtem Zeitraum schlagen. Ne. Mach's mir voll schon mal auf. Ja. Nun darf ich von dann zu der Schildzeit. Mach hinten schon mal auf. Warum hast du das erste Schildteil nicht schon geholt? Welches? Äh, bei Labor A. Alter, was kostet die Tür 1000, alter. Ja. Ach, dein Schildteil. Ich werde bald was bauen. Ein passend. Etwas Nützliches. Kann man irgendwo ne Bande in die Pagnen? Ja, hier haben wir noch ne Bande, die ich reparieren kann. ist auch wenn wir um mich auf das ist ein Penner das ist ein Penner der Zombie ich will mich ganz gemütlich am Bande reparieren, auf einmal kommt das Ding so warm und klatscht sich von hinten ja ich habe freien einkaufen ach scheiße jetzt euch bei labor aop vergessen oben aufzumachen ach nein ja doch das ist kacke ich habe freien einkaufen das habs doch alter na vielleicht das wird eng 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 komm 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 scheiße schaffe ich nicht mehr ne ne schade nicht mehr geschafft was kostet die ach ok klatsch auf mach mal einen Strom an ja hast du ihn einmal ja ich hole mir das einfach anheben aber ja mach das boah Digga meine Nase kitzel kam zu heftig also ich finde das wassernästiger denn ernst wollen genau dahinten durch ich hab ich hab ich hab ich hab ja warum sei ich jetzt haben wir immer bei mir sie ist gefährlicher als ein russe der nichts mehr zu verarbeiten keine ahnung ich muss das so toll weiß ich hab ihn gekriegt bevor er sich verwandelt hat sehr gut ach so ich wollte eigentlich mit der Panzerfahrt drauf du kannst die halt bevor sie sich in das tief verwandeln kannst du die halt schon äh downschießen da gibt es auch eine aufgabe für das musst du dann dreimal machen um die aufgabe fertig zu haben so und da kannst du die ja dann auch aufs oestereck gerechnet wo man schon eigentlich relativ früh damit fertig sein will wenn das zur aufgabe er war okay auch gott wie als das lieb denn bitte ähm ja ja machen wir nächste runde würde ich sagen ne ja auch aber ich brauch immer so ne wache ich hab nur die nr6 ohne monikür na ich geh eine piste einfach ne mach mal weißt du wärst die kiste was paddeln oder Is it baddeln oder wo dek dazogen aber das an ersten schädel ja boah ich hasse es wenn man in die spore reinrutscht oah und dann zum über dir her läuft da hat man nur die scuff paddles klicken das ist eine wache mit der ich online habe das ist schön ja ich fand es schade dass das die die razorback nicht generell mit den somi modus genannt haben damit habe ich wohl wirklich wirklich noch aktiv so prestige 1 bis 8 weil danach war er hat ein bisschen gekrepelt alter das war eine lieblingswaffe dann beginnt habe ich alles rasiert hier auch die ersten teils nicht mehr abgibt es nicht nur es ist der letzte lehrer du hast auch noch freien einkaufen ja wenn ich das hier mal versuchen als wird schon mal das letzte schildteil das ist grün und es ist ich weiß die drei einfach herrn aber lauf durch noch auf nein scheiß wird auch so ein ja oben links ja lauf mal weiter runter die ist wichtiger runter kannst du unterspringen kannst du unterspringen die tür und wenn man auch schocken kommt beziehungsweise hol dir mal an der wand die er macht oder so hol dir mal gleich irgendeine bandwaffe noch da gibt es die hvk der wand am arsch hoffen auf sein einkopf ja auch noch die lange ganz wenig und die ich weiß nicht die sache da kommen das mal in einem leben das war das verbetste ist aber ich glaube nicht Du bist richtig hässlich, so schnellst Hach den letzten Ey wie egal, ich hab 4 Baut und ich lag trotzdem ne Aha, ich hab meine Rekord. Ich wollte gerade sagen, jetzt gerade war wieder Womba So, Schädel ist fertig Warte, dann mach ich mal eben Wasser an Ja, ich mach mal eben Wasser an Ja Strom? Meinst du? Äh, mein ich doch Strom Mach mal eben Wasser an, ja Ja, weil ich mir so gedacht hab So, und jetzt runter ins Wasser nur noch Deswegen, mal eben Wasser anmachen So Ja, ja, klar Aber vergiss den Hebel danach hier umzulegen, ne Dein Ernst Ich sag's ja nur Mh Du weißt schon, dass du ab und zu mal atmen musst Ach so Also sag mal so, wenn du Jugger noch hast Und die Gasmaske Dann kannst du unter Wasser Schon lange Überleben Gibt's ja auch ne Trophäe Für bleiben Bleiben sie, äh 60 Sekunden lang unter Wasser Ja, kannst du mit den Sporen machen, die da hinten hängt an der Wand Naja, richtig Ja, aber so, so ist das ziemlich knapp halt Und wenn du Gasmaske und Jugger noch hast Dann ist das Pille Palle Wenn du das gut heimst, oder? Ja Ja Ah, ja, zwei Teile fehlen noch Machst du das einmal mit den Cucons? Wo musst denn da nochmal hin? Rechts runter, ne? Genau, rechts runter Ja Ja Dann wollen aber einfach mal mit dem Zombie abnimmst Und wollte mich auch wieder töten Äh Ja Wird schon nicht passieren Da können ja nicht so viele Du machst ja den Sack auf und da kommt dann ein Zombie raus Ja Und gleich tötet er da den letzten Zombie Waaah Woran sehe ich denn das dann Teil noch rausfällt? Ja, da musst du auf den Boden gucken Machst du das grad, der das Teil der eingesammelt hat? Ja Ich hab das grad unser Hausleim geholt Okay Der Kram wird gleich noch etwas schmutziger Hier liegt nichts Hier auch nicht, läuft Gibt's denn noch überall Cucons? Warte, ich komm auch mal dahin Ne Ah lol, du lässt hier hinten eins stehen und da war das Zell drinne Hier hinten Alles klar Ja okay, war noch einer Egal Ich ritz hier wirklich alle weg, ne Und dann kommst du auch da vor einer Ja, das ist schon hart Oh mein Gott Einer der geilsten Bands Soll ich mitkommen? Ähm Ich bräuchte Munition Ähm, ich bräuchte Munition Oder ich geh mal ne Kiste Wo ist die Kiste? Ah, die Kiste ist bei den Schädeln Ja Ja Soll ich uns lange warten hier? Mh, na scheiß drauf Na warte mal eben kurz da Dann kann ich schon mal den Schädel abgeben Weil bei mir sieht Munition Weil bei mir sieht Munition Technisch gar Kann ich schon mal den Schädel abgeben Und dann geh ich einmal kurz an eine An die Kiste Ja, aber was denkst du denn schon ganz bitte? Ja, dann Lassen wir halt wieder einen am Leben Außer so eine Spinnenrunde Weil wir können ja Wir haben ja einen Strom jetzt schon an Ich muss nur ein bisschen holen Hier der Wo das Ding hier steht Ja Ach so ich bin grad in die voll komplett Ja, hat's erledigt Ich bin grad in die komplett falsche Richtung gelaufen Alles gut Hä? Ich bin grad aus dem Bunker rausgelaufen So, ich muss hier die Treppen runter, ne? Dann Die anderen Treppen runter Und dann rechts, ne? An Mythic vorbei Äh Nein, nein Äh Aus der Tür wieder raus Aus der Tür wieder raus Und dann rechts in den kleinen Raum Da ist der letzte Altar Aber warte ich Ich komm jetzt Äh Ja, warte, 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 warte Weil da kommen auch wieder Zwei von den Dicken Weißt du? Ja Da kommen Spinnen Da kommen Dicke Und ganz viele Zombies Ja, ja Jo, kannst starten Scheiß drauf Ja, ich hab Ja, ich hab Aber so bei Ne, ne, ne 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 Da müssen wir das halt in der nächsten Spenden rummachen. Haben wir nicht grad so hättet, oder? Boah. Und die Spinnen sind das halt in der Dusche einfach nicht mehr. Ich geh dann trotzdem schon mal die erste fangen. Ja, mach das. Von irgendwo nen Schuss. Ach, hier. Ja, ist das fieb. Was denn? Hast du den letzten fangen? Äh. Du weißt, den letzten Spinnen bei dir, oder? Nein, ich glaube nicht. Frag mich grad auch, wo die ist. Deswegen, komm mal bitte auch hier hin. Ja, komm mal zum A-Labor. Ja, ich glaube nicht. Ja, weil das müssen wir ja vorher schon einmal aktiviert haben. Äh, ja, damit wir überhaupt die Waffe kriegen später. Ja. Dann können wir das halt erst in der nächsten Spinnenrunde machen. Die Spinner da reinlocken und dann müssen wir ja sowieso einfach nur runden pushen. Ja. Komm, komm, komm. Ja. Ja. Perfekt. Ja. Ja. Spinnengift haben wir. Alles. Und das alte Ein-Tobi mit zwei unten mal B-Wasser töten, ne? Das ist ja das, weißt du. Ich brauch nochmal Muni, Alter, ne? Äh, warte mal. Ende der Runde machen wir dann den Schädel. Da gehst du dann runter, weil bei dir müsste dann der Host-Bug gelten. Sprich, die Hexen, die da unten kommen. Und das ist ein Arschvoll, den du da töten musst. Der Großteil hängt dann einfach in der Wand fest. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hab kaum noch Muni, das ist das Problem. Ja. Ja. Ich hab noch 30 Schuss. Äh, den Post-Bug habe ich noch, ich hab noch 61 Schuss. Okay. 61. Ja, aber... Ja, aber... Ja, aber doppelte Punkte ist doch schon mal was. Ja, aber fast. Dann mach ich noch mal ein paar Kills jetzt. Und dann schluss noch, ob ich mir gleich mal eine Sache hole oder so. Insta-Kill? Nee, brauch man nicht, oder? Noch ein Samen. Alter. Ey, ohne Witz, ne? Ich kill den, und er schreckt mich noch eisertot ist. Und ich hab's im Gelegen. Ist das nicht. Ist das ne Schlaube, ey. Ist das ne Schlaube? Ist das ne Schlaube? Boah, ich brauch mich, ich brauch mich nicht. Ist nicht gut. Ja. Alles klar. Ist direkt. Ist direkt. Ist direkt. Ist direkt. Äh... Ja. Was machen wir jetzt am besten? Ich hab mir die Kräume, wobe ich. Ja. Ich hab mir die Kräume, wobe ich. Ja. Ich kenne mal ganz nicht klarer noch. Ja, noch noch. Ey, nein, 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 nein. Okay, doch, noch mehr. Ja. Ah, da ist noch einer. Hier ist keine Muni-Märchen, ist das Problem. Wohahaha. Okay. Ich hab grad ne Aufgabe abgeschlossen. Auch gut. Perfekt. Ja. So, jetzt kann Fabian das helfen, weil jetzt... Ja, wir haben ja ganz kurz runter zur äh... Kisten und dann muss ich ne Wache holen. Ja. Ja. Und ihr habt gar keine Muni-Märchen mehr. Ja, ist gut. Ja, ist gut. Nee, das stimmt nicht. Jetzt die Sache reden. Ich zieh jetzt die Shiva, ne? Hahaha. Dann leuch ich nicht aus. Geh ich nicht. Abwarten, komm. Abwarten, komm. Abwarten, Fami. Hey, mein Gott. Ach, Polkplatz. Geh ne Sache. Hm. Toll. Ein Perkplatz. Furchtbar, Mensch. Oh, ich zieh nochmal ne Sache, okay? Ah, mach gut. Fass, fass, fass. Er drückt mich grad hier runter. Ah, gut. Eifel, Eifel, Eifel. Gut, dass ich mich den Jack geholt hab, ey. Ah, einen Kriecher haben wir. Ja, geh nochmal. Uah. Guter. Jawoll. Jawoll. Guter Hellmacher. Also, ich muss ausgerechnet die Strahlenkanone kriegen, ey. Soll ich runter? Ah, Hageschutz. Äh. Ja, kannst, kannst runtergehen. Okay. Wie das funktioniert, weißt du? Da unten? Aktivieren, im Kreis laufen, dann einfach hier die ganzen Wächter töten. Genau. Warte mal ganz kurz. Ich guck mal kurz zum Weg Internet, ob ich irgendwas noch machen kann, damit ich nicht rumlegge. Jo, mach mal. Ist eigentlich irgendwas, wenn ich sterben sollte, da unten? Äh, dann ist das fehlgeschlagen. Dann kann ich da runterkommen und dann kann ich dich wieder beleben. Du musst dann nächste Runde machen, oder? Ja, du machst das schon. Wie gesagt, normalerweise, dadurch, dass ich der Host bin, müsste die bei dir eigentlich nicht so viel rauskommen, die müssen dann... Ja, siehst du solche. Ja, siehst du ja zugehört. Das ist auch ein schlechter Scher. Ich muss mir in den Kopf kommen. Ja, oder? Ja. Ich muss den Kopf vom Typen, ne? Ja, ja. Ich muss den Kopf vom Typen, ne? Ja, ja. Ja, ja. Perus hat grade einen Stream geschrieben, er ist jetzt auch wach. Okay. Ja, was geht Perus? ausgeschlafen, oder was? Boah, Alter, wie lange dauert denn die Kacke? Ist fertig, ist fertig, ist fertig. Ja. Oh, durch den Kicher. Ey, ey, Digga, wir können gleich die Spinne machen, ne? Ja. Verdammt. Nice. Würde ich mal behaupten. Ja. So, sag mal, äh, jetzt ist er besser um die, äh, andere Waffe genommen, ne? Ähm, ne, hieß da ich nicht, äh, wir wollen uns in die Spinne verwandeln. Und dafür muss ich mal ein paar Waffen machen, das Video hab ich mir auch schon angeguckt. Das sieht echt geil aus. Doch, muss man ausprobieren, auf jeden Fall. Guck doch auf dein Handy, wie ob ich versucht hab anzurufen, Perus. Oder wie oft bei dich in die Party eingeladen haben. Ich geh mal hier unter, ganz kurz, du machst dann schon mal die Teile für den, äh, äh, Zombie, ne? Sind ein Zombie? Naja, hier ist doch bei dem grünen Wasser, ist doch das eine, dort noch ein Zombie, so ein Zeugchen. Ach, ja, stimmt, man, man braucht ja auch die Karti 4, ne? Ja, genau. Äh, warte mal, wo kriegt man jetzt immer die Pflanze her, ähm, am Ende? Äh, hier hat er das schon, hier hat er das schon, perfekt. Ja. Ach, ja, stimmt, stimmt so, ja. Und war, perfekt. Ich will jetzt zurückkommen. Äh, mal eine Frage, wenn wir das, äh, fertig haben, hier, das mit der Spinne, ne? Ja. Dann lass doch ein E-Sec noch hinten dranhängen, oder? Oha, äh. Ja, das ist ja ja easy. Ey, Digga, dann bin ich eine Spinne. Mir geht ja nur darum, dass ich diese scheiße Medaille habe. Ja, klar. Ne, können wir da machen eigentlich. Ja, gut. Oh, ja, komm, hier ist der Digga, ja, hu. Ich nehme mal die eine Waffe. Oh, ich liebe diese Waffe so sehr, ohne Witz, ne, den Schädel. Hm. Ja, die ist schon geil. Vor allem, wie schnell die aufgeladen ist. Ja, Mann. Mal einen am Leben behalten, oder die aufrunden jetzt hochpushen? Ja, wir haben schon ziemlich rumgespammt. Ja, normal, ich wollte eigentlich, dass du ja mitkommst, aber du warst ja am Pennen. Und ich hatte keinen Bock mehr zu warten, weil du am Pennen warst. Ach, ja, aber rumgespammt. Er schrieb grad, er hat da so im Heimschlaf mitgekriechen mit den Einladungen. Ja, dann können wir die Kart 4 jetzt zusammenbauen. Können wir zusammenbauen? Ja, ja, die haben alle Teile. Alles, wir kommen zum Bunker. Ja. Eine kann die dann gleich aus der Kiste ziehen, oder was? Richtig. Äh, ist das so ein Safe, dass er die sofort zieht, oder ist das einfach so ein Lucky? Also, sobald die jemand hin kann, die halt noch ein weiterer aus der Kiste ziehen. Wollen wir das dann so machen das? Wie ist das dann der Kohle? Wollen wir das dann so machen, dass du dann die hier unten probierst, draußen ziehst? Ja, guck ich dann, wenn Sale ist. Wir brauchen ja nicht unbedingt beide, oder nicht? Genau. Ich bin da. Ja, er hängt da. Wir fahren ja nicht hin. Nee, hier. Hier hängt schon. Hier hinten. Ach, da hinten. Ach, ja. Ja, ja. Ja, haben wir. Jetzt müssen wir zur nächsten Spinne runter. Ach, also, um nicht die Spinne zu verwandeln. muss man ganz kurz die stritte durch den kopf überlegen wir brauchen die spinne müssen halt die spinne mit dem rauch suchen also müssen nicht die dürfen ich aber provisieren drücken müssen halt dass ich weiß man so mit zielen und dann die mit dem roten raus und die müssen wir dann einmal die anderen können wir alle töten und die spinne hat immer dann einmal um die map führen und an jedem wasser mit lassen und dann einfach dann kennen wir einsperren dann mit dem geschockten schild dann da oben geschockten schild wir müssen ja dann müssen wir unsere aufgaben dann müssen wir unsere aufgaben machen und kriegen wir kein geschockte schild dann verliebe kommt da sind die 30 solche flugzeug falle erleben sie 20 sagen sie unter wasser sind und eine spüre um unter wasser luft zu kriegen das war's ja ist noch das ist einfach jetzt sofort mit der spure macht einfach nur die spuren ja wir können schildern anbauen ja es fehlt noch ein stück von der gasmaske was soll ich noch machen ja und ich will jetzt das letzte stück von der gasmaske und die mir dann schild ja da habe ich jetzt gerade auch gar nicht aufgaben das ist doch noch nicht zusammengebaut machen und dann warst du weg und dann kamst du wieder komisch man kann ja nicht sein dass er zu dir kommt ich kaufe vielleicht eine waffe von der wand aber ich brauche ja muni denn das ist ein bisschen blöd und mit der karte 4 hier rumzuarschen ja auch scheiße ich habe auch das geht eigentlich so keinen bock aber ich habe kein bock jetzt an mein handy zu gehen äh kiste war weg ne ja dann ist die zwei kiste das ist nicht alter mein handy will mein fingerpunkt nicht hören jetzt gehen alter arsch schützige finger oder was wo das liegt doch eigentlich voll klar mal Waffe holen ernsthaft alter schon wieder strahlen kann ohne das haben wir kommt zu dir mehr von mir alles gut alles gut ja dann können wir jetzt eigentlich rumzuscheln scheiß drauf sollen wir mal kohlen ja noch mal wo haben wir das denn hier nochmal alter ich bin so blöd ich glaube an quick revive vorbei oh ich bin so ein mongo ey geil heilige karte ich wollte sie zu ganz am anfang der auf dem automatischen von nur und durch 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 gar nicht mehr ich hab für mich wohl über vor allem aber auch heute 500 Euro im Kopf hä was für eure ist ja nicht eurem Lager gute ey ey wird baller hier in meine Zombies ich baller hier drinnen in meinem Haus mein Haus meine Regeln wie lange du deine spielt unter meinem Tisch hast ne ja sauber schieß doch raus schreit schreit geht das eigentlich nur für dich ne ne was hä geht das nur für dich ne was geht das nur für dich ne was mach's du Boni oh das ist ja die Sache ja geh an geh an geh an Kisten ich hab guck ob da was Chris wenn du jetzt schaffst ich muss auf den Kisten Spot ach weil hier alles nicht drauf genau beim Schild halt ist da direkt einer ja komm 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 die Headmaker Argus das hab ich gleich Racerbeck Mac Westpass ja ok Westpass kann man auch machen auch nicht modern-talking alter der sorry war noch ich habe so kein bock drauf modern-talking weiter und kommt nicht immer ein handy weil das gesperrt ist aber mehr liga die karte ich weiß nicht wir sind ich wollte es nur auf kohle damit packen können ich bin mir nicht sicher ich werde mich um die zukunft kümmern wenn sie schön runde perfekt jawoll hier muss dann sein schädel raus wenn man da ja gucken kann sie sind wie morden die von der flamme angezogen werden und brennen tun sie aus ich hab sie ja nein scheiße ich wusste nicht dass der strahl so extrem weit geht ja der andere zum töten also wieder runden pushen aber geht das nicht einigermaßen weil ich das nur für sich mir die zu verbessern der waffe braucht kann ich halt dann einfach punchen da musst du ja hier mit dem regenbogen wasser und so weiter die kt4 meinst du ja ja und mit dem geschockten schild und sonst noch irgendwas ja dann muss man ja die aufgaben machen die aufgaben die aufgaben ja genau bin ich dabei wenn ich auch mein gott die kasse ist die westbar ist doch nicht so mal das wird reichen auf hat aber 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 auch heimige tage Nein! Episch! Scheiße, Alter! Was ist denn hier? Ähm, genau da. Okay, wenigstens hab ich den Dicken noch mitgenommen. Das kommt jetzt vielleicht, Bala? Was mach ich denn hier gerade? Jaaa, und nochmal! Oder was? Auch nicht. Puh! So, knapp. Danke! Naja, all's easy. Ich brauche noch ein bisschen Kohle, Digger. Ein bisschen, oder? Dann holen wir gleich noch die KN, und dann dazu passend dann noch die... Äh, ja, es ist... Tiger Punch. Ja. So, jetzt habe ich wieder keine Kugel mehr. Hör doch. Auf! Was? Ich lebe! Ja, komm. Das war so klar. Nee, die... Ah, man. Okay. Jetzt müssen schon der Aufpassen gegen jeden. Ich fühle mich schon mal an. ich habe keinen oh hier ist eine Waffe, sie ist gepuncht nein sie ist nicht gepuncht warum habe ich das getan alter die sah nur so aus, weil ich die gezogen habe ne, der Schädel ist noch nicht voll aber wir haben keinen Fall NO ah fuck, da hat mich die scheiß Pflanze gestockt ach schatze ja 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 ja